80% aller Trainierenden erreichen ihre Gesundheitsziele nicht. Warum? Weil heutige Angebote keine Personalisierung und Nutzerführung bieten. Das größte Problem, trainieren macht den meisten keinen Spaß. E-Gym macht für die 80% Training zum Erfolg. E-Gym nimmt Mitglieder an die Hand mit personalisierten Trainingseinheiten, abgestimmt auf individuelle Gesundheitsziele und Leistungsniveau. Wir bieten Mitgliedern spielerische Nutzerführung, Unterstützung und Motivation und schaffen so ideale Voraussetzungen für Trainingserfolge. Im Studio und außerhalb. Und so funktioniert's. Beim intelligenten Onboarding werden alle notwendigen Gesundheitsdaten automatisch in der Cloud erfasst. Dadurch sind alle angeschlossenen Maschinen schon korrekt voreingestellt. Das Training mit allen E-Gym-Maschinen, Apps, kompatiblen Wearables und Partner-Cardio-Geräten ist synchronisiert für erfolgreiche Workouts im Studio und unterwegs. Dank RFID-Technologie melden sich Nutzer einfach an angeschlossenen Geräten an. E-Gym-Maschinen stellen sich automatisch ein und führen durch ein personalisiertes Training. Über 18 E-Gym-Smart-Strength-Maschinen erzeugen Trainingswiderstand mit Elektromotoren, stellen optimales Trainingsgewicht sicher und halten Mitglieder mit regelmäßigen Krafttests auf Kurs. Die E-Gym-Kurve führt Nutzer sicher durch jede Trainingseinheit und schafft so ideale Bedingungen für Erfolg. Motivierende Gamification sorgt für verbesserte Bewegungskontrolle und hilft, Übungen richtig auszuführen. Intelligente Trainingsprogramme passen die Parameter für jede Trainingseinheit automatisch auf das Mitglied, das persönliche Trainingsziel und das aktuelle Leistungsniveau an. Dabei sorgen automatisch periodisierte Trainingsmethoden für kontinuierliche Fortschritte auf dem Weg zum persönlichen Ziel. Und regelmäßige Leistungstests stellen die richtige Intensität sicher und vermeiden Plateaus. Unsere smarte Nutzerführung ist auf allen E-Gym-Maschinen, Partner-Cardio-Geräten und E-Gym-Apps verfügbar und ermöglicht ein nahtloses Erlebnis im gesamten E-Gym-Ökosystem. Wir versorgen Trainer mit den wichtigsten Erkenntnissen, damit sie Mitglieder besser betreuen und Komplexes leicht erklären können. Für Mitglieder wird aus Training Routine, denn unsere Aktivitätslevel bieten einen umfassenden Überblick über das gesamte Training. Mit unserem einzigartigen Gesundheitsindikator BioAge sehen Mitglieder Erfolge schon frühzeitig und bleiben so motiviert. Das E-Gym-Ökosystem ermöglicht ein gleichbleibend hochwertiges und personalisiertes Trainingserlebnis, das nicht nur intelligenter und effizienter ist, sondern auch Spaß macht. Personalisiertes Training. Smarte Nutzerführung mit Spaßfaktor. Unterstützend und sicher. Im Studio. Unterwegs. Für jeden. Das ist E-Gym.